Willkommen zurück zu Let's Fail! Oh, ist es schon weg? Ha! Okay. Ah, wir müssen da rein. In eine augenscheinliche Todesfalle. Aber nur augenscheinlich. Ah, einmal. Scheiße, wo war der zweite Hebel? Fuck! Wo war der zweite Hebel? Ach, das war der einzige Hebel. Okay. Äh, Kontrollpunkt. Nice. Den brauche ich auch, denn jetzt wird's richtig dumm. So. Einmal. Fuck. Zweimal. Wo ist sie? Okay. Ja, explodier mal. Wo ist sie, Alter? Ah! Ja, sie ist ausgewichen. Das... Wie gesagt, es bringt nichts, wenn man sie jetzt angreift, weil sie weicht eben aus. Es gibt noch ein Ventil, was ich abballern muss. Komm mal her, ja, Alter. Oh, die ist ganz schön stressig, die Frau. Ah! Ah! Okay, jetzt aber. Wo ist er? Drei Mal. Drei Mal. Einsammeln. Und runter da. So, und jetzt sind wir an der Stelle, wo wir sie töten könnten, wenn wir das möchten. Moment bitte. Ich muss kurz mein Ladekabel einstecken. Es wäre blöd, wenn mitten im Kampf jetzt, äh, der Akku abgeht. Sollen wir mal kurz gucken, ob's geht. Jo, wir laden. Puh, kurze Unterbrechung. So, ich hab mich wieder gefangen. Und jetzt geht's ab, Alter. Jetzt geht's ab, hier. Genau für diesen Moment habe ich mir die... Falscher Moment. die Flammenbolzen geholt. Was mach ich hier eigentlich, Alter? Jo! Genau für diesen Moment habe ich mir die verfickten Flammenbolzen geholt, Alter. Ich weiß nie, wann sie sich warpt und wann nicht. Komm her! Nice! Nice, nice, nice. Jo, Laura, was geht? Wo kommst du raus? Ges... Sackt, Alter. Hier. Okay. Ah! Ja, das war wieder der falsche Moment. Komm her, Alter. Das war der falsche Bolzen. What the... Ich wechsle die mal aus Versehen, oder? Ah! Alter, warum wechsle ich denn die Bolzen die ganze Zeit? Wo ist sie? Uhuh! Uhuh! Nein! Gibt's doch nicht. Hör mal auf dich zu worten, du Fotze, Alter. Hier! Wo ist mein Bolzen? Ist ja weg! Fuck! Es ist folgendes. Man muss sie in diesem Kampf nicht töten. Man muss eigentlich wieder ein Schalterchen drücken oder einen Hebel betätigen, bis das Feuer aus ist und dann kann man, ja... wegrennen. Das war schlecht, Alter. Das war richtig schlecht. Ich hab kein Bolzen mehr, oder? Okay, schnell, 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 schnell. Kann ich was herstellen? Nein! Fuck! Okay, jetzt hab ich echt scheiße geworden. Weil ich einfach zu dumm bin zum Treffen, Alter. Gut, dann müssen wir's auf die... Ahaha! Konventionelle Art machen. Entweder wir lassen uns... snacken. Gut, wir haben sie ja schon zweimal damit getroffen. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich mein, die Bolzen sind ja auch relativ stark. Alter, geh doch mal da drunter, du. Hude! Ich könnte aber tatsächlich versuchen, sie mit den Exklusivbolzen aus dem Leben zu boxen. Nein, das bringt nichts. Warum eigentlich nicht? Yes! Ach, das nervt mich jetzt mit den Flammenbolzen, dass ich keine mehr habe. An sich ist es ja jetzt nicht schlimm, aber... Ahaha! Ah! Go away! Wuh! Wuh! Naja, wenigstens ein paar Schuss. Aber jetzt sieht's ein bisschen Lash aus, weil ich kein Feuer mehr habe. Hängt hier irgendwo ein Bolzen rum? Nein! Nein! Schade! Ah! Man kann die Feuerstellen leider auch nur einmal benutzen. Das ist auch ein bisschen eher ärgerlich. Wo bist du? Where are you? Oh, es hat doch noch getroffen. In your face, Alter! Ah! Boah! Boah, dieser Kampf ist so schrecklich. Kann ich sie einfrieren? Naja, wenn ich treffen würde, vielleicht. Oh! Nein, kann ich nicht! Ich könnte sie erblinden. Kriegt das echt nichts? Ha! Ha! Crazy, man! Crazy! Oh, ich habe sie eingefroren. Okay. Ha! 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 Wann? Okay, jetzt wird es ein bisschen stressig, ehrlich gesagt. Was tue ich denn jetzt? Ich habe keine Waffenteile mehr. Ich habe keine Granaten. Ich kann gar nichts mehr tun. Hängen hier vielleicht irgendwo Bolzen rum? Nein! Gut, dann würde ich sagen, lasse ich mich kaputt machen. Kriegt ja alles nichts. Man kann sie zwar mit Waffengewalt töten, aber es dauert halt. Ach egal, scheiße. Wir probieren es einfach. Ha! Ha! Ach, scheiß drauf, Alter. Ehrlich. Fuck. Fuck it. Wir probieren es nochmal. Mein Gott, Alter. Wie dumm kann ein... Wie dumm kann ein Spieler eigentlich sein? Ich möchte sie halt umbringen, weil... Erstens kommen wir dann an den, äh... Letzten Schlüssel in diesem Kapitel. Und zweitens kriegen wir eine Menge. Glibberglub. Und das möchte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Ich kann mich noch an diesen Kampf erinnern auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Akumu. Die Hölle, Alter. Die Hölle. Nein. Das ist gar kein Ausdruck, Alter. Der Schwierigkeitsgrad an sich ist sowieso die Hölle. Ich glaube, der ist sogar berüchtigt. Ähm... als Schwierigkeitsgrad, der schier unmachbar sei. Kann gut sein, ja. So, jetzt aber. Jetzt tun wir sie erstmal ein bisschen schocken, würde ich sagen, wenn es trifft. Natürlich trifft's nicht. Yeah! Dann haben wir ein bisschen mit Waffengewalt drauf. Um ein bisschen Ressourcen zu sparen. Gauern, putt, 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 putt. Nice. Ich hab's getroffen. Wo ist sie? Dann tun wir sie mal hierher locken. Nice. So, und dann hole ich meine Bolzen raus. Alter, ich hab fünf Bolzen. Also das muss ja wohl reichen. Aber... Ich werde sie, glaube ich, als erstes schocken und dann... angreifen. Ach, dahinten. Dann angreifen. Nice. Nice. Okay, jetzt hab ich keine Schockbolzen mehr. Das heißt, ich muss wohl auf Kältebolzen zurückgreifen. Fuck. So, und jetzt vielleicht auch Bolzen. Ja. Zwei Kältebolzen hab ich noch und drei normale Bolzen. Also wenn ich mich jetzt nicht arg dumm anstelle, könnte es vielleicht was werden. Wo spawnen sie? Lichter mir mal wieder. Ja, genau, spawn dich ein bisschen. Wir lassen sie jetzt erst mal teleporten. Fuck. Okay, das wird wieder nix. Och, Leute. Kann ich sie blenden? Anscheinend nicht. Ahaha. Nice. Alter, die hält was aus, die Putze. Wo ist sie? Ah. Ah, das bringt nix. So, einen Bolzen haben wir noch. Und ich bezweifle, dass es ausreichend wird. Ich hab auch nix mehr zu zerschießen, Alter. Das ist doch echt lästig. Da hinten ist, glaub ich, noch eine Feuerquelle, aber... Ah! Aha! Komm hier, Mann! Komm hier, Bitch! Nice! Das war unser letzter Flammenbolzen. Alter, Laura, Laura, Laura. Das heißt, wir müssen jetzt vielleicht auf konventionelle Waffen umtreiben. So ein bisschen. Ah! Wenn sie nicht dauernd ausweichen würde. Hab ich sie getroffen? Ich treff sie nicht. Ich treffe sie nicht! Ah! Gott, dieser Kampf stresst mich, Alter. Was mach ich denn jetzt? Ich hab nix mehr. Fuck, 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 fuck! Explosivbolzen bringen ja anscheinend nix. Nein, die bringen gar nix. Oh, Mann! Ah! Das ist schon sehr merkwürdig, also das ist schon sehr fragwürdig. Ich bin ein bisschen Low und Lash und Ammo. Ich halte einfach zu viel aus, die Fotze. Oh, fuck. Fuck, Alter, was mach ich denn jetzt, Alter? Ah! Was mach ich denn jetzt? Naja, ich hab sie wenigstens zweimal getroffen. Vielleicht reicht's ja noch irgendwie. Fuck! Hab ich sie getroffen? Ich weiß nicht. Was ich weiß, ist, dass ich keine Munition mehr hab. Ja, es wird ein bisschen lästig, ehrlich gesagt. So, jetzt aber. Ha! In your face. Ja, aber das war's jetzt. Ah, ich hab keine Teile mehr. Mann! Ich hab irgendwie das Gefühl, dass es nur noch... ...nicht mehr lange dauert. Wo ist sie? Ah! Hinter mir! Warum? Der Kampf kann sehr anstrengend sein, tatsächlich. Was ist das? Wie ist sie überhaupt? Ich glaub, hier gibt's noch eine Möglichkeit, sie in Flammen zu hüllen. Es könnte natürlich auch sein, dass das ausreicht. Boah, dieses rumgeteleporte, Alter. Ist doch nicht wahr. Ich glaub, dazu muss ich irgendwas abschießen hier. Sicher aber... Moment. Das ist eine Falle, oder? Oh! Renn! Bin ein bisschen ratlos gerade. Heider. Ha! Danke! Super! Ja, ich bin gefickt. Ich bin gearscht. Irgendwas, irgendwas passt hier nicht zusammen. Ich weiß nicht was, aber... Da ist eine Falle, Alter. Oh, Mann. Was mach ich denn jetzt? Ich hab nix mehr. Ich hab gar nichts mehr. Keine Muni für nix. Tja, wow. Tja, Leute, ich glaub, das war's. Ich hab's probiert. Das hat nicht sollen sein. Kannst du hier reinrennen? Tatsächlich, Alter. Ich hab's in Flammen gesetzt. Okay, vielleicht ist das meine Möglichkeit. Hier lag auch noch irgendwo... Ach, spitze. Toll. Ei, 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 ei. Ich muss die Leichen verbrennen, Alter. Komm mal her. Aber sie läuft leider nicht rein. Schade. Die Frage ist, was passiert, wenn ich alle Leichen verbrannt habe? Kann sie dann nicht mehr spawnen, oder? Fuck, Alter. Was mach ich denn jetzt? Ich hab gar nichts mehr. Ich hab keine Munition mehr. Ich bin gefickt. Ich könnte sie fisten. Oh mein Gott, Alter. Das ist der... ...lasheste Kampf, den ich gegen sie jemals geführt hab. Weil im Normalfall... ...reichen die Bolzen auch. Das wär's jetzt aller, wenn ich sie so ficken würde, oder? Oder mit dem Nahkampf angriffen. Ich mein sie... Oh! Kann sich nicht mehr... Kann sich nicht mehr regenerieren, ne? Ich glaube trotzdem nicht, dass das was wird. Ja! Fuck you, Alter! Was mach ich denn jetzt? Ich muss es anders angehen, das Ganze. Es ist echt schade, dass ich keine Handgranaten mehr habe. Und ich muss diesen Kampf anders angehen. Vor allem erstmal treffen. Ich glaube, wir werden das ganze Video nur mit diesem Kampf verbringen. Ja, ist halt so, ne? Ist halt so. Oh! Hier oben lag doch auch ne Menge Immunierung, oder? Treff ich das von hier? Nein, ja, wenn ich... ...treffen würde schon. Wo ist sie? Hallo? Laura! Was geht denn da hinten eigentlich? Ja, toll, Pistolen-Munition. Doll! Ganz doll! Der Kampf ist echt stressig. Gut, ich stell mich mal wieder an wie ne Kuh beim Gras rupfen, aber... ...den Tier war's vom... ...Shotgun-Munni. Ja, mein Gott, die bringt mich hier oben halt nix, ne? Die bringt mir hier oben halt nicht wirklich viel. Ich glaube, wir machen's erst mal auf die konventionelle Weise. Wo spawnt sie. Okay. Einmal. Oh, die scheiß Falle hier wegmachen, die nervt sich ein bisschen. Nein! Mein Gott, Alter, was bist du für'n Lappen, Alter. Verpiss dich doch da. Dann machen wir... ...das Ding mal auf. Ach fuck, da hätt' ich sie auch reinlocken können. Ich bin im Kopf halt... Oh, aha! Oh! Falle! Nice! Komm mal, Alter, lass mich da jetzt raus, Mann! Meine Herrschaft! Kann ich sie vielleicht jetzt verbrennen? Irgendwie nicht, warum auch immer. So, jetzt ist nämlich das Feuer hier aus und wir können eigentlich... Ach, das Feuer brennt ja immer noch. What the... So, solange ich noch kann, ich spitzereiß davon. Ja! Ja, 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 ja! Ja, ja! Nice! Okay. Okay. Okay, okay, okay. Jetzt könnte ich noch ein Kältebolzen versuchen. Das war zu früh. Okay. Wo spawnen sie jetzt? Fuck. Ach nein, warum explodierst du denn jetzt? Meine Güte, ey! Ah! Woah! Go away! Laura! Ich liebe dich! Nein, das war keine Anspielung auf den Wendel unserer Laura. Auch wenn es so rübergekommen ist. Okay, was mach ich denn jetzt noch? Naja. Ich muss warten, bis sie mich angreift. So wie jetzt. Ich bezweifle zwar, dass das jetzt das Ende sein wird, aber... Alter! Ernsthaft! Schon wieder verfehlt. Mann! Mann! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020